hallo leute mein name ist claudio und willkommen in diesem video heute ist der 13. Mai und ich habe euch gesehen dass ihr mein video gleich weg weil ich wollte euch irgendwie schade zu sein ich habe euch gesehen dass ihr wirklich sauer ihr seid und ich weiß ich habe gehört heute ist der 13. Mai da kommt der project playtime mobile also android remake gameplay das habe ich vergessen ich kann das nicht mehr weil es dunkel ist ich zeig es euch ja ihr könnt ihr fast sehen dass es fast dunkel ist und ich finde ich kann diesen video machen tut mir leid ich möchte dieses video machen und ich würde euch sagen morgen oder so ich sage euch so welche garten news also garten auf bahn bahn news für den zweiten teil für android und das war's peace